Ich legte im Bett neben diesem Mädchen und lag. Was? Du hast im Bett gelegen, nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier, du legst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik Kopf? Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Sprache glaube. Damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na, dann erzähl ich die Geschichte eben nicht. Ich sag ja nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe!